Hallöchen! Heute gibt es ein ganz anderes Video, keine Rezension, kein Lesenmonat, kein Once Upon a Time, sondern ich zeige euch endlich mal meine Lieblingsbücher. Ihr seht schon zwei Stapel hinter mir. Und ja, da fangen wir gleich an. Es sind einige geworden und ich habe einfach wirklich das aus dem Regal gezogen, was ich geliebt habe, was ich wirklich jetzt noch komplett im Kopf habe. Und das sind einfach wirklich im Moment absolut meine Lieblingsbücher. Here we go! Wir starten mit meinem absoluten Lieblingsbuch von Cecilia Ahern, meiner Lieblingsautorin für immer vielleicht. Dieses Buch im Originalstitel Love, Rosie wurde auch schon verfilmt. Ich liebe es. Über alles. Ihr werdet es heute noch öfter hören. Ich habe es nur als Taschenbuch hier und es ist auch mehrfach gelesen. Man sieht auch schon etwas vergilbt. Und ja, ich liebe es einfach absolut. Worum geht es hier? Es geht um Rosie und Alex. Wir begleiten Rosie und Alex, als sie gemeinsam die Schule selbst noch bewältigen, bis über das Teenager-Alter hinweg ins Erwachsenenalter hinein, dort auch eine gewisse Zeit. Das heißt, auf diesen mehr als 400 Seiten begleiten wir die beiden in ihrem Leben. Das Ganze wird uns nur erzählt durch Briefe, durch E-Mails, durch Chatverläufe. Also überhaupt nicht wie ein normaler Roman, sondern wirklich nur durch diese Dokumente oder Beweise in ihrem Leben. Fängt auch an mit zum Beispiel Briefen von der Lehrerin an die Eltern, wenn sich die beiden nicht ordentlich im Unterricht verhalten haben. Es ist eine wundervolle Freundschaft und man merkt auch ganz schnell, die beiden verbindet etwas. Und zwar vielleicht auch etwas mehr als nur Freundschaft. Das Leben kommt so wie es kommt und Rosie wird schwanger und das durchaus ungeplant und ungewollt. Alex heiratet irgendwann, zieht woanders hin und so weiter. Also es passieren viele Dinge und es ist, ich finde, eine wundervolle Reise, auf der wir die beiden begleiten dürfen. Und wie sollte es anders sein, am Ende kommt doch alles, wie es irgendwie sein soll. Ein Herzensbuch und ich kann es euch allen nur empfehlen. Ein weiteres Herzensbuch und das hat schon Liebling im Titel Lieblingsmomente von Adriano Popescu. Ich habe das Ganze erst in diesem Jahr gelesen bzw. gesuchtet. Ich kann euch den ersten Teil, also Lieblingsmomente, das ist der Beginn der Geschichte von Leila und Tristan, als auch Lieblingsgefühle, dort geht es weiter mit den beiden, empfehlen. Wie lernen sich die beiden kennen? Und zwar bringt Tristan Leila ins Büro Essen abends, denn er arbeitet bei einem Lieferservice und die beiden verstehen sie sehr gut auf Anhieb, einfach als Freunde. Es sind auch beide vergeben, dementsprechend passiert da erstmal gar nicht so viel. Dennoch merken wir als Leser, dass es eine zu Herzen gehende, wunderschöne Geschichte ist und die einfach ganz viele Lieblingsmomente und Lieblingsgefühle bereithält und so wundervoll geschrieben ist von Adriano Popescu. Deswegen kann ich es euch allen nur empfehlen. Zusätzlich kommt noch dazu, es macht total Lust, alles mit ihnen zu entdecken und auch die Lieblingsorte, die wir hier kennenlernen in Stuttgart, werden zu den eigenen Lieblingsorten. Man möchte sie alle besuchen, man möchte alles nachmachen, man möchte eigentlich mit diesen beiden durch Stuttgart und das ist ein wundervolles Gefühl, dass diese beiden Bücher hinterlassen. Weiter geht es mit dem nächsten Doppelpack und zwar von Clun, Mitten ins Gesicht. Der zweite Teil dazu ist Ohne sie, auch von Clun. Am besten bzw. besser hat mir der erste Teil gefallen, Mitten ins Gesicht, haut einen wirklich um und zwar geht es um Steen und Carmen. Steen und Carmen sind ein Ehepaar, haben eine kleine Tochter namens Luna und Carmen kriegt die Diagnose Brustkrebs. Damit müssen beide erstmal umgehen und auch erstmal verkraften, was das Ganze bedeutet. Sie kommen direkt in diesen, ich sag mal, Strudel der Termine und des Machens. Das heißt, also so viel wird da gar nicht überlegt oder geplant, sondern ganz viel passiert einfach. Ebenso passiert auch einiges mit Steen, denn er findet keinen rechten Weg damit umzugehen und stürzt sich dann durchaus ins Alkohol, Feier, Party, Leben und auch in Frauengeschichten. Ich finde ein sehr heftiges Buch, aber ein sehr eindrückliches und sehr besonderes Buch. Keine typische Liebesgeschichte, kein Mann sucht Frau, Frau sucht Mann und sie finden sich und haben sich, sondern eben ein ganz außergewöhnliches Buch. Deswegen umso einprägsamer und umso eindrücklicher. Sehr direkt, sehr ehrlich geschrieben. Machen wir weiter mit dem Highlight meiner Leipziger Buchmesse und zwar an dem Freitag, den Mund voll umgesagt hat mir. Ich habe es geliebt, sobald ich es in den Händen hatte. Ich habe es mir auf der Leipziger Buchmesse signieren lassen. Das könnt ihr auch in einem meiner Videos sehen. Wo ist denn? Hier ist es. Und es ist wundervoll aufgemacht. Ich finde, das ist schon mal das allererste und eine wundervolle Geschichte. Worum geht es? Wir begleiten Sophie. Sophie muss mit ihrem Vater zu dessen neuer Freundin ziehen, nach München, möchte da überhaupt nicht hin und stellt dann nach einer Weile fest, hier ist es eigentlich eher langweilig, aber dann gibt es da einen Nachbarsjungen beziehungsweise glaubt sie es, wer ein Junge aufgrund des Namens ist, ist aber ein Mädchen. Die beiden freuen sich dann an und da passiert auch noch einiges mehr und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die nicht zu jugendlich, zu kitschig, zu kindlich geschrieben ist, sondern die wirklich auch jeder lesen kann. Da geht es nicht darum, die kann man nur lesen, wenn man gerade wirklich 14 oder 16 oder wie alt auch immer ist, sondern die kann man auch noch lesen, wenn man Mitte 20 ist oder noch älter. Es ist ein herrlicher Schreibstil. Die Worte sind so perfekt gewählt, dass alles genau richtig beschrieben ist und das ist das, was dieses Buch für mich ausmacht. Es sind ja durchaus fast 400 Seiten und die liest man aber wirklich schnell und gerne, denn die lassen sich so schön lesen. Das ist so ein natürlicher und so ein wunderschöner Schreibstil. Kann ich euch nur empfehlen, falls es euch noch nicht gepackt hat, denn ich glaube, dieses Buch hat schon viele gepackt. Und wir kommen zu einer Reihe und die musste ich einfach mit reinnehmen, weil die mich so überzeugt hat. Es geht um die Bookless-Reihe von Mara Wolf. Ich habe die hier in der Print-on-Demand oder derartigen Version. Das heißt, ich habe sie nicht vom Oettinger Verlag. Dort sind sie jetzt ja mittlerweile alle oder zumindest die ersten beiden erschienen. Das heißt, ihr könnt sie auch im Buchhandel kaufen. Ihr müsst nicht auf das böse A zurückgreifen. Bookless. Eine Trilogie. Der erste Teil heißt Wörter durchfluten die Zeit. Der zweite gesponnen aus Gefühlen. Und der dritte ewiglich unvergesslich. Worum dreht sich es da? Es geht um Lucy und Nathan. Die sind beide durchaus mit Büchern sehr bewandert oder sehr eng verbunden. Und es gibt da so einige Geheimnisse im Leben bzw. im Umfeld von Nathan. Und er hat eine bestimmte Gabe und die möchte jemand haben oder nutzen. Und wir begleiten die beiden durch eine spannende Reise. Ich fand es auch wirklich so spannend, dass ich die hintereinander weglesen musste. Also ich war sehr froh, dass ich alle drei direkt hier hatte. Ich konnte sie nicht mehr aus der Hand legen. Ich glaube mittlerweile schon zwei Jahre her, dass ich sie gelesen habe. Und dennoch weiß ich noch so viel daraus, dass sie mich so begeistert haben, so nachhaltig. Erst recht, weil es durchaus in die Richtung Fantasy geht und ich nicht der typische Fantasy-Leser bin. Aber es dreht sich eben auch um Bücher und was es mit diesen Buchzeichen auf der Hand zu tun hat, was es mit Büchern überhaupt zu tun hat und wie toll diese Geschichte gesponnen ist. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf Bücher, auf ein bisschen Mystery und ein bisschen Spannung steht. Dann guckt euch das mal an. Es ist, ja, ich finde einfach mitreißend und sehr, sehr schön. Mich konnten alle drei Bücher begeistern. Als nächstes ein sehr, sehr dünnes Buch. Kein Himmel ohne Sterne von Michelle Schrenk. Das ist das Buch, das mich bisher am meisten begeistert hat von ihren, die ich gelesen habe. Ich habe noch einige da, die ich noch nicht gelesen habe. Und zwar, warum begeistern mich die Bücher von Michelle Schrenk so besonders? Zum einen, sie ist eine Autorin, die ihre Geschichten größtenteils in Nürnberg spielen lässt. Ich wohne in Nürnberg. Da ist es eine Herzensangelegenheit, auch solche Bücher zu lesen, die einfach in der Umgebung, in der gleichen Stadt spielen. Das finde ich sehr, sehr schön, die zu entdecken. Und sie kann es auch einfach mit ihren Worten jemandem mitreißen. In Kein Himmel ohne Sterne geht es um vergangene Liebe, um vergangene Träume, um Sterne, um die blaue Nacht in Nürnberg. Ein sehr schönes Event. Ja, die Chance nochmal zu überlegen, was vor einiger Zeit war und ob das alles so gut war, wie es war. Und das fand ich sehr besonders. Deswegen konnte mich auch dieses dünne Buch begeistern. Ich kann euch nur sagen, taucht ein in die Geschichte von Emma und Yannick. Ich fand sie sehr schön und sie kann eben auch mit kurzen Geschichten begeistern. Ich hätte von diesem Buch auch noch 300 Seiten mehr gelesen. Überhaupt kein Thema. Deswegen freue ich mich schon auf die dickeren Bücher von ihr und kann euch nur eben als kleine Lektüre zwischendurch auch mal dieses hier empfehlen. Das nächste Buch habe ich in zwei unterschiedlichen Fassungen hier und zwar The Fall and the Nower Stars von John Green und die Hardcover-Ausgabe auch auf Deutsch. Das Schicksal ist ein mieser Verräts. Ich muss sagen, ich habe beide Bücher schon mehrfach gelesen und sie konnten mich jedes Mal wieder aufs Neue begeistern. Ich muss bestimmt nicht mehr viel zur Geschichte erzählen, dennoch dreht sich es einfach um es kurz zu erwähnen, um Augustus, genau Augustus, Augustus, Waters und Hazel Grace. Und Hazel Grace und Augustus sind ein so tolles Charakter, Protagonisten-Paar, die sich kennenlernen in der Selbsthilfegruppe für Krebspatienten, für junge Krebspatienten, die sich über verschiedene Wege, über bestimmte Themen so toll finden und so tolle Meinungen haben und sich gegenseitig begeistern können, das eine richtige Freude macht, den beiden zuzusehen, wie sie ihr Leben bestreiten. Ich möchte nicht zu viel darüber sagen, ich denke, wie gesagt, die meisten kennen es schon und können es dann auch ein Stück weit nachvollziehen, dass ich es so toll finde. Ich finde es, wie gesagt, auch nach mehrfachem Lesen, mehrfachem Sehen des Filmes auch noch schön und immer noch gibt es eine Stelle im Buch, wenn ich an die komme und die lese, jedes Mal wieder bleibt mir das Herz stehen. Ich weiß, wie es weitergeht. Es ist nicht so wie bei Kindern, die das vergessen haben zwischendurch. Wie geht denn ein Film oder ein Buch weiter? Sondern ich weiß, wie es weitergeht. Dennoch, jedes Mal wieder mir bleibt das Herz stehen. Ich muss schlucken. Ich muss kurz aufhören zu lesen und kann dann erst weiterlesen. Es ist, jedes Mal wieder ergreift es mich. Jedes Mal wieder muss ich am Ende heulen. Jedes Mal wieder kann es mich berühren und das ist für mich etwas Besonderes, denn das schafft nicht jedes Buch. Und deswegen, falls es doch noch jemanden geben sollte, der dieses Buch nicht kennt, dann schaut es euch an. Wenn nicht auf Englisch, dann eben auf Deutsch. Ich finde ebenso gut, wobei es mir trotzdem eben auf Englisch im Original noch mal einen Ticken besser gefallen hat. Ein, ja, ein Herzensbuch. Wir kommen zu dem nächsten gebundenen Buch. Ein Kossi-Tipp und zwar von Angelus ich habe keine Ahnung, wie die Autorin heißt, der schönste Grund, Briefe zu schreiben. Es ist ein durchaus ruhigeres Buch als viele von denen, die ich bisher gezeigt und genannt habe. Es ist ein sanftes, dennoch eindringliches und wunderschönes Buch. Es geht darum, dass in dem kleinen Dörfchen, in dem spanischen Dörfchen Provenir, das zudem auch noch Zukunft heißt, soweit ich weiß, auf Deutsch Provenir, gibt es ein kleines Postamt und Sarah, die Postbotin dort, die soll versetzt werden, denn es gibt nicht genug Leute, die Beriefe schreiben in diesem Ort beziehungsweise nicht genug zu tun für Sarah. Deshalb soll sie in eine größere Stadt und dort weiterarbeiten. Das kriegen natürlich auch die anderen im Dorf mit und dann entsteht diese Idee eines eigentlich Kettenbriefes, der, wie ich finde, viel, viel positiver ist als ein Ruf, denn das Wort Kettenbrief löst meistens eher negative Gefühle aus, jedenfalls bei mir. Hier in dem Fall ist es aber so, so schön und so positiv, dass ich es einfach nur begeisternd finde und wunderbar. Denn mit diesem Kettenbrief lernen wir auch verschiedene Menschen in diesem Dorf kennen. Jeder, der diesen Brief erhält, erzählt, er nimmt die Geschichte weiter und das aus seiner Perspektive. Und ich finde, das ist so, so schön geschrieben. Einfach nur wirklich schön, dass es einen mitnimmt auf eine Reise in ein kleines spanisches Dorf, wo es viel Menschlichkeit gibt, viel Fürsorge, viel diesen Nachbarschafts- Gemeinschaftsgeist und viel sich gegenseitig helfen wollen. Das ist sehr spannend. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist, wie gesagt, ein ruhigeres Buch, dennoch ein sehr, sehr schönes. Es macht wahnsinnig Lust, selbst zum Stift oder zur Tastatur zu greifen und einen Brief zu schreiben. Am besten natürlich selbst mit den eigenen Händen, mit dem eigenen Füller vielleicht sogar. Also, dieses Buch kommt in einer Zeit, in der alles digitaler und alles schneller geht. Und gerade da finde ich es sehr, sehr schön, eigentlich auf die Bremse zu treten. Denn bis wir einen Brief mit der eigenen Hand geschrieben haben, bis der uns gefällt, bis wir ihn in den Briefumschlag gesteckt, Marke drauf, Adresse drauf und bei der Post abgegeben haben oder in den Briefkasten geworfen haben und bis der darum dann wiederum sortiert und ausgeliefert oder zugestellt wird, da vergeht eine Zeit. Und ja, ich finde es spannend, dass es das in unserer heutigen Zeit fast nicht mehr gibt und ich es trotzdem etwas sehr Schönes finde, auch darüber zu lesen, weil wir eben, ja, wir brauchen noch so ein paar Refugien der Langsamkeit und des Bedachtes eigentlich der Achtsamkeit mit Zeit umzugehen mit unseren Menschen in unserem Umfeld. Deshalb ein wundervoller Tipp von der lieben Cosi und ich kann ihn euch nur weitergeben. Kommen wir noch zu einem kleineren Büchlein. Es ist auch etwas ganz besonderes, Tanz aus der Reihe von Lilly Lindner Die Autobiografie der Zeit. Ein Roman steht drauf. Es sind wundervolle Illustrationen, nicht nur vorne drauf, sondern auch innen drin. Wahrscheinlich sehe ich jetzt gerade keine, weil hier zum Beispiel Hier auch, genau. Wie ihr seht, die Seiten, wie ihr seht, die Seiten sind niemals komplett beschrieben, meistens sogar noch weniger Text. Das heißt, das kann man letztlich sehr schnell lesen. Habe ich im letzten Jahr im Sommer gelesen und fand, ich war einfach sehr poetisch ein Stück weit, sehr inspirierend und sehr besonders. Also schaut es euch mal an. Ich will gar nicht zu viel darüber verraten. Besser ist es, man entdeckt es selbst und ich werde es mir garantiert noch öfter zur Hand nehmen. Mit Worten kann ich fliegen von Sharon M. Draper. Ebenfalls ein ganz besonderes Buch, deswegen möchte ich es euch zeigen und euch den Klappentext auch vorlesen, denn der beschreibt das am besten. Ich kann es sonst nur schlechter in Worte fassen. Worte sind schon immer um mich herumgewirbelt wie Schneeflocken. An jedes zerbrechlich und einzigartig, an jedes schmilzt unberührt in meinen Händen. Tief in meinem Inneren häufen sich die Worte in riesigen Verwehungen, Berge von Satzteilen und Sätzen und zusammenhängenden Begriffen. Clevere Redewerungen, Witze, Liebeslieder, aber nur in meinem Kopf. Ich habe nie ein einziges Wort gesprochen. Ich bin fast elf Jahre alt. Das ganze Buch wird beschrieben aus der Sicht einer Elfjährigen und zwar von Melody. Sie hat von Geburt an eine schwere Erkrankung, dementsprechend kann sie nicht sprechen, nicht gehen, nicht sich selbst versorgen, könnte durchaus zum Mitleid anregen, wenn es nicht so mutig und stark klingen würde aus ihrer Sicht. denn wie sie ihren Alltag bewältigt und wie alles drumherum, was da passiert beziehungsweise wie viel Einfluss sie dennoch darauf hat auf ihren Alltag, wie toll sich das entwickelt hier gerade in diesem Buch, das Leben von Melody, finde ich, ist beispielhaft oder sollte beispielhaft sein für viele auf dieser Welt und auch für die Achtsamkeit mit Menschen umzugehen, die eben zum Beispiel eine Behinderung haben. Wenn wir jetzt einfach jemanden sehen, ich sage mal zum Beispiel in einem Café und am Nebentisch sitzt ein Kind im Rollstuhl, das sich kaum artikulieren kann, jedenfalls unserer Ansicht nach, würde jeder annehmen, dass dieses Kind zum Beispiel auch eine geistige Behinderung hat. Das ist aber durchaus nicht immer so beziehungsweise in vielen Fällen eben nicht so. Dementsprechend finde ich es sehr wichtig, auch Bücher zu lesen beziehungsweise in den Fokus zu stellen, die dieses Thema behandeln. Behinderung, die dieses Thema Umgang mit Behinderung behandeln. Und ich finde, hier drin hat man nicht den Eindruck, man wird belehrt und zurechtgewiesen, wie man denn damit umgehen soll, sondern wir erfahren einfach aus der Sicht eines elfjährigen Mädchens, wie sie ihr Leben bestreitet. Und das ist wundervoll. Dieses Buch habe ich auch damals schon, als ich es gelesen hatte, so beschrieben, dass ich kein einziges Zitat rausschreiben kann, daran kann ich mich so gut erinnern, denn das ist von vorne bis hinten quasi ein ewig langes Zitat. Heißt, man kann sich gar keine einzelnen Sätze oder Worte rauspicken, die das am besten beschreiben. Deswegen lese ich sehr gerne hinten den Klappentext vor, denn der beschreibt es noch am ehesten. Das sind auch die ersten paar Sätze in diesem Buch. Und deshalb kann ich es euch nur ans Herz legen. Ich finde zwar, es gibt ein anderes Cover, Out of my Mind heißt es, glaube ich, mit einem Fischglas und dergleichen. Das finde ich weniger schön, dennoch würde ich euch raten, auch wenn mal das Cover nicht das schönste ist, schaut es euch trotzdem mal an. Die Geschichte ist einfach wundervoll. Wir kommen zum letzten Roman und das könnt ihr vielleicht etwas schlechter erkennen. Es spiegelt ein Stück weit Dark Matter, der Zeitenläufe von Blake Crouch. Ich habe davon schon vorgeschwärmt und die Rezension werde ich euch garantiert auch verlinken. Es ist ein echt, echt beeindruckendes Buch. Ich war richtig begeistert davon und ich konnte danach auch eine ganze Weile nicht etwas Adäquates lesen oder überhaupt etwas lesen, weil ich den Eindruck hatte, ich finde gerade nichts, dass mich so begeistern kann und mitreißen kann. Ein durchaus spannendes, schnelles Buch, ein sehr abgedrehtes für meine Verhältnisse, für meinen Lesegeschmack, meinen bisherigen und ich fand es richtig spannend, mit Jason Dessen auf diese Reise zu gehen, letztendlich. Denn, was passiert hier? Jason Dessen ist zu Hause an einem Donnerstagabend, es ist Familienabend, diese Vorstellung fand ich schon sehr schön, abgesehen davon, dass ich es auch an einem Donnerstagabend begonnen habe zu lesen und er macht sich nochmal auf, um, ich glaube, Eiscreme zu besorgen und dann auch auf dem Weg kurz bei einer Feier vorbeizuschauen, eines Studienkollegen, der einen Preis gewonnen hat. Dort ist er dann nur kurze Zeit und macht sich ein paar Gedanken über sein Leben und wie sich sein Leben vielleicht entwickelt hätte noch und macht sich dann auch mal wieder auf den Heimweg. Stell fest, er fühlt sich ziemlich alleine auf dem Weg und dann irgendwann auch beobachtet. Er wird letztendlich enthört und als er wieder aufwacht, es sind ganz viele Menschen um ihn, die ihn scheinbar kennen, er diese Menschen aber überhaupt nicht. Und was hier genau passiert, möchte ich gar nicht genauer erzählen. Es gibt schon viele Rezensionen oder viele Meinungen dazu und viele, die auch viel mehr verraten haben über dieses Buch. Ich möchte aber gar nicht so viel verraten. Ich finde es viel spannender, sich ein Stück weit darauf einzulassen und reinfallen zu lassen, denn ich habe das Ganze bei Shari von Alles Allerlei gesehen und habe dann auch irgendwann nicht mehr weiter zugehört beziehungsweise diese Rezension abgebrochen und wollte das Buch einfach nur haben und selbst lesen. Ich wollte gar nicht zu viel darüber erfahren und das für mich ist der beste Weg, um hier einzutauchen und das Ganze zu erleben. Deswegen, wenn ihr einfach mal etwas ganz anderes haben wollt, keinen typischen Frauenliebes- Kitsch-Familien-Roman, sondern einen Roman, der durchaus auch als Roman gekennzeichnet ist, der aber sehr viele Thriller und Sci-Fi und abgedrehte Dinge mit drin hat, die das Ganze richtig spannend machen und richtig atemberaubend. Ja. Das Ganze wird auch sofort Justin Cronin genannt, ein atemberaubender Roman erster Güte und es sind wohl auch schon Filmrechte vergeben. Ich bin sehr gespannt, wenn das Ganze als Film rauskommt. Ich kann es mir gut vorstellen als Film, dennoch manch ein Element wäre vielleicht schwierig darzustellen, deswegen wäre ich sehr gespannt, wie das gelöst wird. Ich kann es, wie gesagt, euch nur empfehlen. Nehmt ihr das Buch mit seinen 400 Seiten in die Hand und lasst euch davon vereint Namen. Das waren alle Romane, dennoch möchte ich euch noch ein Buch zeigen und zwar ist es ein Sachbuch. Das Ganze von Corinna Kegel, Die fabelhafte Welt der Hochsensiblen und Hochbegabten. Der Titel erinnert ein bisschen an Die fabelhafte Welt der Amelie. Könnte man auch so ein bisschen in die Zug ziehen, aber machen wir jetzt mal nicht. Wie es im Titel schon steht, geht es um Hochsensibilität und Hochbegabung. Die Autorin verbindet beides durchaus etwas zu häufig für meinen Geschmack, dennoch sind hier sehr viele, sehr wertvolle Tipps und Tricks drin und sehr viele Erkenntnisse, die ich jedenfalls daraus ziehen konnte. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, was soll ich denn mit einem Buch über Hochsensibilität oder Hochbegabung, da erzähle ich mich sowieso nicht dazu, dann ist es eventuell nichts für euch, dennoch kann ich es euch nur aus meiner Perspektive eben ans Herz legen. Ich fand es sehr, sehr schön, sehr besonders, sehr gut und ja, leicht genug geschrieben, um es wirklich auch lesen zu wollen. Bei Sachbüchern kann es ja durchaus mal sein, dass der Inhalt sehr wichtig und sehr wertvoll ist, dennoch aber es langweilig geschrieben ist und dann lesen wir das Ganze natürlich nicht, aber hier ist es leicht genug geschrieben, damit man das eben gerne liest. Mit vielen Beispielen, das heißt, immer wieder Zitate aus Gesprächen beziehungsweise, wo haben wir denn mal eins? Genau, also in einem grauen Kasten stehen dann im Normalfall die Beispiele, die Beispiele genau, die direkt aus dem Leben stammen, beziehungsweise das Ganze noch mal etwas verdeutlichen sollen, wie das Ganze im Alltag oder in Aktion sein kann. Ein Buch, das Mut macht, alles Wunderbare zu entfalten, das noch in ihnen schlummert. Deswegen kann ich euch das nur auch ans Herz legen, wenn ihr selbst euch dazu zählt oder nicht wisst, vielleicht seid ihr hochsensibel oder auch nicht oder hochbegabt, dann schaut euch das Ganze doch mal an beziehungsweise vielleicht kennt ihr auch jemanden, der dazu zählt oder der sich selbst noch nicht sicher ist, ob er dazu gehört. Einfach sehr spannend, das zu erfahren beziehungsweise sich ganz genau damit auseinanderzusetzen, um zu erfahren, ob man eben hochsensibel oder hochbegabt ist und vielleicht auch so einiges mitnehmen kann daraus an Erkenntnissen. Denn jeder, der hochsensibel ist, vielleicht kennt es auch der eine oder andere von euch, jeder, der hochsensibel ist, hat so einen gewissen Struggle mit seinem Leben, also hadert damit und hat das Gefühl, immer wieder in Verwirrungen, in Situationen zu kommen, mit denen er schlechter klarkommt und das Ganze kann auch ein Stück weit damit gelöst werden oder daran liegen, dass man eben nicht so viel darüber weiß und manchmal nicht weiß, wie könnte man mit einer Situation umgehen. Denn ich wusste vorher schon einiges über Hochsensibilität, dennoch war es sehr, sehr spannend und informativ für mich. So, wie ihr seht, ist das eine ganze, ganze Menge und es werden bestimmt auch noch andere Bücher dazukommen oder sich manche auch mal ablösen. Ich werde dieses Format vielleicht einfach im nächsten Jahr nochmal drehen, dementsprechend für euch ein Update dazu drehen. Mir würde es sehr viel Spaß bereiten und ebenso möchte ich natürlich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz, ganz besonders von dir wissen, welches sind deine absoluten Lieblingsbücher. Wenn du ganz viele Lieblingsbücher hast, dann vielleicht auch erstmal nur drei oder fünf in die Kommentare. Ich würde mich freuen, denn ich entdecke gerne Lieblingsbücher von anderen und habe hier auch noch ein paar stehen, die ich lesen möchte und bei denen ich weiß, das andere, die als Lieblingsbücher angepriesen haben. Das zu entdecken ist für mich besonders spannend, deswegen eure Lieblingsbücher jetzt in die Kommentare. Ich freue mich drauf, die zu entdecken und vielleicht kommen die irgendwann ja auch mal hier in dieses Video, weil sie dann auch zu meinen Lieblingsbüchern geworden sind. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt einfach oben auf den Abonnieren-Button und unten kommt ihr zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss! .